Endlich haben es die Weiber geschafft, die Rollen der Schnecken grundlegend zu verändern. Also diese Dunstabzugshaube ist einfach ein Traum. Verbal hauen die Mädels jetzt tierisch auf die Sahne. Na, du fickst ja wohl an, weil die Schläge nur von Bäumen raufkommt. Was ist los? Ist das jetzt Traumstum oder was? Und selbst im Straßenverkehr haben wir Schnecken-Euchtypen bei Weitem überholt. Na also. Dann geht dich zu blöd zum Wenden, ne? Hartsam. Da war eine Mauer. Und endlich haben die Mädels Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Tippi, ich will ein Eis. Und nun, voll emanzipiert, wollen wir an die dicke Kohle ran. Genial, abkriegst du uns stehen? Und zwar ohne Gnade. Der sieht doch aus wie ein geiler Hirsch im Dauerboot. Zeit an! Na, mercy! Da hängt sie die Vorwaltstraßen lang und dann hat sie kurz wieder. Bums, kummer. Bums, kummer. Na, mercy! Sie können jetzt gehen. Bitte? Komm, los, verschwinde hier, aber ganz schnell. Dumm gelaufen, Baby. Jetzt sind es leider nochmal 50.000. Was machen die denn da? Zack, zack. Wir brauchen die Videobänder, die Fotos und die negativen. Was sie wollen? Stopp, Alter! Halt! Stella! Ich komme jetzt gegen unsere Abmacher. Niemals an die guten Männern. Falka, du bist mir noch was schuldig. Ich helfe dir, ja? Ey, Alter, zwick ab! Einsatz! Wamba, zamba. Wamba, zamba ist Pille-Palle. Hämliche Weiber, was bilden die sich ein? Ohne Skrupel. Ohne Eier. Ohne Gnade. Die sind da bekloppt.